Wir setzen fort zum Punkt 17, da haben wir wieder einen Bebauungsplan, diesmal für den Fertigungsplatz, das Verwaltungszentrum und wir können einsteigen in die Fraktionsrunde. Es wird im Beginn FDP, wird das Wort gewünscht? Nein, Freie Wähler, das Wort gewünscht? Herr Nietzsche. Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren Stadträte, liebe Gäste, Zuhörer Dresdner, der Ferdinandplatz ist ein wichtiger Baustein für eine städtebauliche Aufwertung der Innenstadt, genauso steht es auf der Homepage der Stadtverwaltung. Wir, Freien Wähler, halten die derzeitigen Planungen für ein Verwaltungsgebäude an dieser Stelle für hochproblematisch. Das liegt nicht nur an unserem Bauchgefühl, was wir schon im Winter hatten, was die Kosten betraf, die noch steigen werden. So denken wir, die versteckte Verschuldung, die mit einem eventuellen Bauvorhaben verbunden sein kann, diese Schattenverschuldung. Wir halten Einfaches für sinnvoller, dass Mittel, die in das Verwaltungszentrum hereingesteckt werden, könnten genutzt werden, um am Bestand zu arbeiten, zum Beispiel am aktuellen stehenden Rathaus, wo 94 Millionen Bedarf an Investitionen sind. Wir wollen dort keinen Verwaltungspalast haben, sondern wir wollen Investitionen für Schulen, Radwege, Straßen und ÖPNV. Und der Bebauungsplan, so wie er jetzt aktuell vorliegt, verhindert eine Entwicklung am Ferdinandplatz, die man vielleicht auch mit einer Entwicklung wie am Neustädter Markt vergleichen kann. Beides sind Filetstücke in der Innenstadt, beides sind 1a-Lagen, beides sind ideale Quartiere für Wohnen, für Büro, für Gastronomie, für Kultur, für Grün, für sinnvolle Dinge, sinnvolle Nutzungen dieser innenstädtischen Lagen. Wir warten jetzt erstmal den Zwischenstand zum wettbewerblichen Dialog ab, dann kann auch Herr Löser endlich die Debatte zu unserem Moratoriumsantrag hier führen, auf die er schon so lange wartet, Moment, wir haben in Dresden viele Brachen gehabt, viele Punkte, in denen es eine fragwürdige Stadtplanung zur DDR oder aus der DDR sozusagen gab, wir haben viele Punkte, an denen die Stadt neu gestaltet worden ist, an denen Brachen bebaut wurden, wie zum Beispiel sinnvoll bebaut wurden, wie zum Beispiel am Neumarkt und wir denken, dass der Ferdinand Baustein, Ferdinandplatz ein wichtiger Baustein für eine städtebauliche Entwicklung ist und dieser wichtige Baustein, der sollte in unsere Innenstadt passen, das ist eine Chance, die wir haben und diese Chance sollten wir nicht vertrauen und aus dem Grund werden wir dieser Vorlage, so wie sie vorliegt, nicht zustimmen. Vielen Dank. Dann setzen wir fort mit Bündnis 90 Die Queen, Herr Löser. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, da Sie mich nun direkt auch angesprochen haben, will ich gleich erwidern, ein Palast ist was anderes, es geht nicht um ein Palast, sondern um ein Verwaltungsgebäude, ein Verwaltungsgebäude des 21. Jahrhunderts und Sie sprechen davon, dass man dort andere sinnvolle Nutzungen machen kann, ja das kann man immer machen, aber auch das ist doch eine sinnvolle Nutzung, wenn wir ein Verwaltungszentrum an dieser Stelle bauen. Ich will nochmal erinnern, wir haben 2017, ich glaube, einen einhelligen Grundsatzbeschluss gefasst hier im Rat zu diesem Thema, wir haben 2019 dann vor allen Dingen auf Anregung der Kollegen auch der Linken die Höhe ein bisschen gedrückt, sodass wir nun auch dem Hochhausleitbild folgen und wir haben jetzt natürlich infolge der Corona-Pandemie eine Frage nach der Finanzierung, aber diese Frage ist gelöst worden, denn die Verwaltung hat aus unserer Sicht einen klugen Vorschlag gemacht, indem sie das auslagert, an die Stesat gibt und die Stadt dort mietet und damit eine Tilgung über 20 Jahre erreicht wird. Ich will nochmal sagen, dass das eben kein Palast ist, sondern worum es da eigentlich geht. Es geht um 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um vier Ämter, die dort zusammengelegt werden sollen. Es geht darum, einen neuen Bau, auch dem Verständnis nach, wie Verwaltung funktioniert, dort zu organisieren. Das heißt, bürgerfreundlich, wir haben, es wurde schon oft angesprochen, in dieser Reise oder bei der Reise damals nach Rotterdam sehr eindrücklich erlebt, wie man das machen kann und das ist eben etwas anderes als das Rathaus des 19. Jahrhunderts, was ein wunderschöner Bau ist, der vor allen Dingen im Sommer mit seinen dicken Mauern dafür sorgt, dass es schön kühl ist, aber er ist von dem ganzen Aufbau eben schon ein Gebäude des 19. Jahrhunderts und dieser neue Verwaltungsbau soll transparent sein. Er soll den Bürger ermutigen, da reinzugehen, es gibt flache Hierarchien, es gibt vor allen Dingen eine digitale Verwaltungsarbeit und das ist doch eigentlich das Ziel, worin ich auch sehr froh bin, dass der Oberbürgermeister das beschreibt. Es geht ja nicht nur um einen Bau, sondern es geht um eine neue Idee von Verwaltung und da braucht man einfach dann auch im 21. Jahrhundert eine angemessene Antwort und wir sollten uns nochmal fragen, was passiert denn, wenn wir das jetzt nicht tun? Wenn Sie da langfahren, sehen Sie, dass da schon gebaggert wird, da werden die Vorarbeiten jetzt im Prinzip gemacht und wir haben hier den Grundsatzbeschluss getroffen und wir machen das ja nicht aus Spaß als Verwaltung, sondern weil wir sonst wissen, dass wir dauerhaft Miete zahlen und ich weiß, Sie bringen immer wieder das World Trade Center ins Spiel, aber der Grundgedanke dahinter ist ja, dass wir hier irgendwann mal an uns selbst sozusagen vermieten und nicht dann immer wieder Fremdkosten bezahlen müssen. Ich glaube, das ist eine gute Chance, dass wir direkt gegenüber des alten Rathauses jetzt ein neues Rathaus bauen, eins des 21. Jahrhunderts und ich denke, das ist eigentlich eine gute Botschaft. Wir sollten daran festhalten. Vielen Dank. Wird CDU das Wort gewünscht? Scheine nicht der Fall sein. Dann AfD, Herr Latzynski. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Die Landeshauptstadt braucht über das Jahr 2025 hinaus Büroflächen für die Mitarbeiter der Verwaltung. Das ist, denke ich, unstrittig. Im Idealfall sind diese Büroflächen sogar noch für den Besucherverkehr vorzeigbar und versprühen nicht unbedingt den Charme eines eigentlich vergangen geglaubten Regimes. Schön wäre es zudem, wenn diese Büroflächen den Anforderungen einer digitalen Verwaltung gerecht werden würden. All das sind Aspekte, die der Oberbürgermeister mit dem neuen Verwaltungszentrum Ferdinand Platz gewährleisten möchte. Vor diesem Hintergrund sollen wir heute den vorliegenden Bebauungsplan beschließen. Schaut man sich die Ausführungen in den Begründungen zum B-Plan an, müsste man selbst als Außenstehender feststellen, dass vor allem der politische Wille ja die treibende Kraft dieses Planungsprozesses war. Die fachliche Darstellung und somit auch die fachliche Bewertbarkeit des Vorhabens werden dabei scheinbar hinten angestellt. Sonst in Bebauungsplänen übliche wesentliche Informationen, wie beispielsweise Vorgaben zur Fassadengestaltung oder zur Dachform, welche sonst in Begründung von Bebauungsplänen ganze Seiten füllen, fehlen hier vollständig. Ausführungen zur konkreten baulichen Planung und Gestaltung sucht man hier vergebens. In Folge von Eingaben beteiligter Ämter wurde eine Tiefgarageneinfahrt verlegt und eine weitere hinzugefügt. In der Planzeichnung selbst finden sich jetzt vier mögliche Positionen für zwei Einfahrten wieder, aber nur als Textbausteine der Gebäudekante. Diese Textbausteine werden dann lediglich als redaktionelle Änderung angeboten, um einer erneuten öffentlichen Auslage zuvor zu kommen. Folgt man den Ausführungen der Fachämter, gibt es zudem noch weitere Probleme mit diesem Plan. Als Beispiel nenne ich hier nur die ungesicherte Erschließung der Abfallbeseitigung, fehlende Brandschutzbetrachtung, die Ausgestaltung oder die unklare Ausgestaltung der Kreuzung über die St. Petersburger Straße, Fragen zur Belichtung von Aufenthaltsräumen und vieles mehr. Aus den Antworten zu den Eingaben geht hervor, dass weite Teile der Planung, wie beispielsweise die Ausgestaltung der Verkehrsflächen, hier noch offen sind und erst nach erfolgten Satzungsbeschluss angegangen werden. Abgestimmt wird demzufolge heute nur über eine Kubaturwolke unter Andeutung möglicherweise der Gestaltung und Konzeption. Das ist unserer Fraktion für eine der zentrale Adresse in der Dresdner Altstadt zu wenig. Deshalb werden wir diese Vorlage in dieser Form zurückweisen. Und obwohl aus der Begründung zum Bebauungsplan nicht hervorgeht, welche Fläche am Büroräum eigentlich geschaffen werden soll, legt man sich doch in einem Punkt bereits jetzt genau fest. Die Gebäude sollen Großraumbüros als schöne neue Arbeitswelten etabliert werden. Diese Art von Bürokonzeption stammt aus den frühen 2000er Jahren, ist also nicht mehr ganz so neu. Wenn wir unsere Lehren aus der Corona-Zeit hinsichtlich Arbeitsorganisationen ziehen wollen, sollten wir zumindest zu der Erkenntnis kommen, dass Großraumbüros keinesfalls die richtige Antwort auf globale Pandemien sind. Die schöne neue Arbeitswelt des Jahres 2020 und vermutlich auch der Folgejahre nennt sich Vereinzelung und Homeoffice. Darauf sollte man als Stadt arbeitsorganisatorische Antworten finden. Abschließend jedoch auch noch etwas Positives. Offensichtlich ist es möglich, dass vom Aufstellungsbeschluss bis zum Satzungsbeschluss bei der Erstellung eines vermutlich mehrheitsfähigen B-Plans trotz Weihnachtsfeiertage und Corona-Zeit lediglich fünf Monate vergangen sind. Ich freue mich, dass man hier offensichtlich die Möglichkeit gefunden hat, selbst bei einem derart großen Projekt und der Beteiligung der Öffentlichkeit die verwaltungsinternen Abläufe so zu beschleunigen. Das setzt natürlich neue Maßstäbe für die Zukunft und könnte dabei helfen, unsere Stadt bei Investoren im Beruf geraten Stadt etwas attraktiver zu machen. Vielen Dank. Vielen Dank für das Flug für die Verwaltung, Herr Latzinski. Machen wir weiter mit Fraktion Die Linke, Herr Wirtz. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträte, liebe Stadträte, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist natürlich richtig, wir haben irgendwann mal einen Grundsatzbeschluss gefasst unter der Maßgabe, dass die St. Petersburger Straße die angemieteten Räume abgerissen werden, dass eine große Notlage entsteht und dass für teures Geld Interimscontainer angeschafft werden müssen, um die Verwaltung unterzubringen. Inzwischen sehen wir ein bisschen weiter und wir müssen erstmal konstatieren, dass der Architekturwettbewerb, der hier durchgeführt worden ist, wo einer derjenigen ist, die am meisten gescheitert sind. Er hat uns ein Projekt beschert, welches die Jury offensichtlich in Gleisen des Ocker-Ocker-Gelb getaucht, geblendet hat. Es ist nicht geprüft worden und auch auf Auftrag des Bauausschusses nicht geprüft worden, wie der Hochhausteil in der Stadtssoilette wirkt und später hat sich herausgestellt, dass die Frauenkirche in der Soilette verstellt worden wäre, dass dieser Turm an sich in Dissonanz zu anderen Türmen und Gebäuden in der Stadt steht. Und es ist richtig, auf einem harten Kampf im Bauausschuss ist das auf Betreiben der Linken mit Unterstützung der CDU dann zunächst auf 38 Meter von 68 Metern heruntergekürzt worden und dann später mit einer aufmerksam gewordenen Landesdenkmalpflege auf sogar 34 Meter. Insofern ist das hier nochmal erwähnenswert, dass die Stadtssoilette hier im Prinzip vor dem Zugriff von sehr leichtfertigen Architekten und einer Jury, die dafür kein Gefühl hatte, das nicht beachtet hat, erstmal geschützt worden ist. Jetzt geht es weiter. Inzwischen sind wir von zwei Baukörpern auf einen Baukörper gegangen, weil die Stadt sich nicht mehr so viel leisten kann. Das ist erstmal auch gar nicht unvernünftig, zwei Baukörper im Prinzip das Risiko zu teilen, erstmal nur einen zu errichten. Das Nächste ist, dass wir inzwischen einen wettbewerbschen Dialog angefahren haben, dessen erste Jury-Sitzung stattgefunden hat. Ich darf ja nichts sagen, es ist ja alles geheim, alles im Prinzip ein Stück weit auch vertraulich. Es ist ja nicht so transparent, wie das sonst im Stadtplanungsamt angestrebt wird, dass die Entwürfe, die vorliegen, noch allesamt sehr viel Luft nach oben haben. Insofern ist es vielleicht gar nicht so notwendig, dass wir einen B-Plan brauchen, sondern eigentlich brauchen wir einen Plan B. Nämlich, was passiert, wenn die Entwürfe die Aufgabenstellung nicht erfüllen? Was passiert, wenn die Entwürfe die finanziellen Möglichkeiten überschreiten? Auch das kann passieren. Und dort an der Stelle haben wir zurzeit auch Anfragen laufen, was die Corona-Festigkeit von Großraumbüros betrifft. Ist das noch die geeignete Form einer Pandemie? Wie sieht es aus mit der Restlaufzeit von Mietverträgen? Wie viele Arbeitsplätze können wir dort verkraften? Wie können Mietverträge verlängert werden? Und da werden wir dann unser weiteres Vorgehen auch, was den wettbewerbschen Dialog betrifft, festlegen und hier ergebnisoffen vorgehen. Im Fazit zu diesem Bebauungsplan ist es schon viel gesagt worden. Auch Abstandsflächen sind nicht eingehalten. Da stehen dann sehr hohe Bauteile sehr dicht zusammen über die Ferdinandstraße. Ob diese langen Fassadenteile am Ende ein Stück weit gefällig sein wären oder ob man doch lieber etwas feiner und detaillierter Ausgeformtes genommen hätte. Wir haben Fassadenlängen von teilweise 120 Metern. Auch das möchte in der Stadt verkraftet werden. Das ist fraglich. Und insofern haben wir uns entschlossen, da dieses ganze Schiff doch immer mehr schlagseitig zu geraten droht, möchten wir als linke Fraktion nicht in seinen Sog geraten und haben uns entschlossen, uns zu diesem Bebauungsplan zu enthalten. Ich denke, gerade auch aufgrund der Eile, die hier von Nöten war oder die hier gemacht worden ist, der zeitliche Druck, der aufgebaut worden ist, dass er nicht die Qualitäten erfüllt, die der Architekturwettbewerb uns vorgemacht hat, sondern dass im Prinzip hier an der Stelle mehr Überlegungen notwendig wären, um wirklich ein attraktives Verwaltungszentrum zu bauen. Wir denken, es wird am Ende ein Zweckbau werden, der unter Umständen seinen Zweck erfüllt. Die Wirtschaftlichkeitsberechnung, die uns damals einen Vorteil, einen ganz geringen Vorteil des Selberbauens gegenüber dem Anmieten vorgemacht hat, die sind durch die Preissteigerung, die jetzt schon in diesem Projekt bekannt sind, eigentlich überholt in Makulatur. Sie müssten eigentlich wiederholt werden. Es kommt noch dazu, dass in diesen Wirtschaftlichkeitsberechnungen auch keine Sanierungsrücklage gebildet war, die natürlich beim steigenden Mietpreis auch nicht fällig wird. Also dort ist dann der Vermieter zuständig, für den Erhalt der Immobilie zu sorgen und ich brauche dann nicht im Prinzip nach, das ist ja auch auf einem sehr langen Zeitraum damals kalkuliert worden, brauche ich dann nicht Geld zurücklegen, um dann unter Umständen ein Gebäude auch mal Grund zu sanieren. Insofern werden wir uns zu diesem B-Plan enthalten und werden den ganzen Vorgang weiter sehr kritisch begleiten. Ich danke Ihnen. SPD, das wird gewünscht. Herr Kanjewski. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde es jetzt halten, wie Herr Löser zu sagen, Zustimmung und Start ins 21. Jahrhundert, weil was haben wir da miteinander diskutiert, was den Umbau unseres jetzigen Rathauses angeht, was die Arbeitsbedingungen angeht. Wir sind ansonsten immer sehr, sehr gut hier im Stadtrat darüber zu sprechen, dass uns die Arbeitsbedingungen unserer Kolleginnen und Kollegen in der Stadtverwaltung wichtig sind. Und genau diesen Schritt machen wir auch mit dem neuen Verwaltungszentrum. Wenn wir gute Arbeit fordern, dann müssen wir auch Räumlichkeiten haben, die gute Arbeit eben auch ermöglichen im 21. Jahrhundert. Ich will nur auf zwei, drei Sachen eingehen, weil im Zweifelsfalle kann man über Dinge diskutieren, wenn man miteinander spricht. Herr Latzinski, ich würde Ihnen sehr empfehlen, einfach mal mit Ihrem Kollegen Herrn Gilke zu sprechen, weil der sitzt in der Jury. Das heißt, alle Fragen, die Sie jetzt gerade eben zu Gebäuden hatten, zur Fassadengestaltung, kann er Ihnen sicherlich einen Einblick geben, denn er ist Teil der Jury-Sitzung. An die Freien Wähler möchte ich nur appellieren, wenn Sie sich nicht nur auf Ihr Bauchgefühl verlassen wollen, dann müssen Sie vielleicht auch zur Sitzung der Jury einfach mal erscheinen, um sich damit auseinanderzusetzen, was da passiert. Die anderen Stadträtinnen und Stadträte schaffen das auch. Das wäre auch sehr in Ordnung. Insofern, ich freue mich über Zustimmung an dem Punkt. Wir brauchen das neue Verwaltungszentrum. Das wird ein guter Bau werden. Wir brauchen das einfach auch, um die Arbeitsbedingungen für die Stadt eben besser zu machen. Und wenn wir ein guter Arbeitgeber sein wollen, brauchen wir auch das neue Verwaltungszentrum. Und deswegen jetzt powerfrei, damit demnächst die Bagger rollen können. Vielen Dank. So, damit wäre die Fraktionsrunde durch. Gibt es weitere Wortmeldungen? Erst Herr Nitsche, dann Herr Gilke. Ich würde es kurz machen. Während Sie gesessen haben, habe ich gestanden vor meinen Schülern. Jetzt war Herr Gilke, dann Herr Zastrow. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträtin, lieber Dresdner. Ich wurde gerade angesprochen, als Mitglied der Jury sollte ich doch mich mit meinen Kollegen darüber unterhalten. Die Jury tagt geheim. Und das bedeutet, dass man einfach nicht darüber redet. Weil wenn man darüber reden wollte, könnte, sollte, dann bräuchte man in dieser Jury nicht diese Geheimhaltung machen. Die Geheimhaltung geht so weit, dass jegliche technischen Geräte, wie zum Beispiel Tablets, Laptops und auch Handys eingezogen werden. Aufzeichnungen machen ist nicht möglich. Das heißt also, ich kann mir es anscheinen, ich kann dazu Fragen stellen, ich muss es mir selber merken. Und wie gesagt, Geheimhaltung wird in der AfD noch ernst genommen, weil wir sind die Partei der Rechtsstaatlichkeit. Vielen Dank. Herr Zastrow. Es ist ein bisschen viel negative Energie jetzt gerade hier im Raum, deswegen gehe ich doch nochmal vor, weil ich ja für das Positive hier in diesem Stadtrat stehe. Herr Löser, versauen Sie es jetzt nicht, versauen Sie es jetzt nicht. Okay, dann bleibt mir nichts anderes als dafür zu werben, jetzt zuzustimmen. Denn ich glaube schon, dass das ein sehr wichtiges Projekt ist für unsere Stadt. Die Lage ist schwierig, gar keine Frage. Corona zwingt an vielen Punkten zum Umdenken, aber wir haben uns eigentlich, glaube ich, auch mal darauf verständigt, dass man jetzt nicht alles, was man vor ein paar Monaten auf den Weg gebracht hat, infrage stellt. Was wäre das am Ende für ein Zeichen, wenn man jetzt anfängt an allem, was man vor einem halben Jahr noch für gut findet, zu zweifeln. Wir brauchen auch Zeichen der Hoffnung, Zeichen des Anpackens, Zeichen, wo wir uns als Stadt auf den Weg machen. Das finden wir genau mit dem Verwaltungszentrum genau richtig. Die Arbeitsbedingungen für unsere Verwaltung sind nicht gut. Ich glaube, das weiß jeder. Auch die haben vernünftige Arbeitsbedingungen verdient. Ich wünsche mir aber auch das, was Kollege Löser gesagt hat. Nämlich, dass man dort eben nicht nur, was auch der Oberbürgermeister im Übrigen will, nicht bloß einen profanen Verwaltungsbau hinsetzt, sondern dort auch einen städtebaulichen Akzent setzt. Das muss von herausragender Qualität sein. So ein technisches Rathaus zu bauen, das macht man nicht allzu oft. Und ich habe da die große Hoffnung, dass wir an dieser Stelle ein Stück anspruchsvollste, moderne Architektur die Sprache des 21. Jahrhunderts umsetzen können. Ich persönlich hätte mir den Turm dort vorstellen können. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, auf den Bismarck-Turm zu krabbeln, ist übrigens im Moment geschlossen, und zu gucken. Und genau von dieser einen Stelle sieht man die Frauenkirche nie. Also das war sehr kreativ, den einzigen Punkt in Dresden zu finden, wo die Frauenkirche verdeckt werden kann. Ich hätte mir da mehr Mut gewünscht, aber es ist nun mal so. Entscheidung ist, es ist ein Kompromiss, wie so oft. Wir tragen den mit, aber wir sollten es auf den Weg machen. Alles Gute für das Verwaltungszentrum. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Dr. Brauns. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, auch wir wollen dieses Verwaltungszentrum, deswegen bitten wir da auch um Zustimmung. Und ich möchte Herrn Nietzsche sagen, wir brauchen das neue Verwaltungszentrum allein schon deswegen, und das ist möglicherweise ein Fehler in Ihrer Betrachtungsweise, und zwar so schnell wie möglich. Gerade weil wir unser altes, neues Rathaus grundhaft sanieren müssen, dann muss nämlich von der Verwaltung erstmal dort eingezogen werden, damit wir es sanieren können. Wenn wir das Verwaltungszentrum nicht bauen, geht das alles gar nicht. Also die ganzen Kosten, die Sie damit verstehen, haben Sie in Ihrer ganzen Betrachtung gar nicht drin. Und deswegen, meine Damen und Herren, das ist auch genau der richtige Fleck, dort ein Verwaltungszentrum zu bauen. Da kann ich mich nur an das anschließen, was Herr Zastrow gerade gesagt hat. Und ich möchte mich auch ausdrücklich da anschließen, dass eins nicht passieren darf. Dass es eine Fassade quadratisch praktisch gut werden darf, sondern das muss ein Hingucker werden, überhaupt keine Frage. Also das sind wir uns schuldig, und ob der Turm nun schön gewesen wäre, wenn man ihn vom Lingnerschloss auf die Altstadt runter sieht, dann hätte dieser Turm die Frauenkirche und keinen anderen Turm in irgendeiner Weise verdeckt, sondern ergänzt. Aber das ist jetzt so, wie es ist. Wir haben uns auch entschlossen, uns etwas da in der Höhe zu zügeln, und deswegen ist es so, wie es jetzt ist. Und man muss einfach, Herr Wirtz, man muss anfangen. Man muss die Rahmenbedingungen jetzt setzen, und deswegen sollten wir es beschließen. Und alles andere muss man in dem Wettbewerb, in dem ganzen Verfahren, was wir jetzt vor uns haben, machen. Und da sollten wir keine Zeit verlieren. Und deswegen bitte Zustimmung zu dieser Vorlage. Vielen Dank. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen, dann versuche ich es mal schnell abzubinden. Und eine Frage, wer dem federführenden Ausschussbericht seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Stimmzeichen. Gegenprobe. So, nochmal Gegenstimmen habt ihr gezählt. Und Stimmenteilungen. Und Stimmenteilungen. Oder haben sie das noch im Kopf? Oder haben sie das noch im Kopf? Wir können verzeichnen, dass wir 42 Ja-Stimmen haben, bei 16 Nein-Stimmen und 10 Enthaltungen damit angenommen. Vielen Dank. Vielen Dank.